Fahrradfahren ist sehr, sehr gefährlich. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich selber habe neulich erst in der Innenstadt einen Fahrradkurier abgedrängt. Mit meinem SUV. Weil der ist gefahren wie eine gesenkte Sau. Und sowas kann ich nicht leiden. Der hatte auf seinem Rücken so eine Transportkiste, so eine riesige viereckige Transportkiste. Hatte der auf seinem Rücken, fuhr direkt vor mir her. Ja, soll ich da durchgucken oder was willst du von mir? Naja, irgendwann war ich dann zu Hause. Und plötzlich guckt meine Frau auf die Uhr und sagt, komisch, das Essen müsste längst da sein.